Da ist was anderes. Und jetzt muss ich mir vorstellen, da ist der Hund wirklich. Der Große. Echt? Der Große? Der Große, der ist abgegangen. Ja, guck, wir wollen ihn ein. Da ist die Familie gesteucht worden. Kaila, wir beißen. Der hätte aber auch nicht so gut. Nee. Hey! Noch ein bisschen. Jetzt hat sie kein Luft mehr. Nee, noch ein bisschen. Jetzt hat sie gewonnen. Kaila! Kaila! Kaila!